Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den Lawnmaster VBRM16 vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Lawnmaster VBRM16 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Rasenmäher, der für kleinere bis mittlere Gärten konzipiert ist. Mit einer Schnittbreite von 16 Zoll, ca. 40 centenrisch, bietet er eine effiziente Lösung für die Rasenpflege. Ein herausragendes Merkmal dieses Rasenmähers ist sein bürstenloser Motor, der für eine längere Lebensdauer und höhere Effizienz sorgt. Der VBRM16 ist mit einem 40V Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine beachtliche Laufzeit und kabellose Freiheit bietet. Der Lawnmaster VBRM16 verfügt über eine 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung, die es euch ermöglicht, die Schnitthöhe nach euren Bedürfnissen anzupassen. Die Schnitthöhen reichen von 25 bis 5.070 mm, was eine flexible Rasenpflege ermöglicht. Der Rasenmäher ist leicht und einfach zu manövrieren, dank seines ergonomischen Designs und der großen Räder. Der klappbare Griff und der herausnehmbare Grasfangkorb erleichtern die Lagerung und den Transport des Geräts. Zusätzlich ist der Lawnmaster VBRM16 mit einem Mulchkit ausgestattet, das den Rasenschnitt zerkleinert und als natürlichen Dünger auf dem Rasen verteilt. Dies trägt zur Gesundheit eures Rasens bei und spart euch die Mühe des Entleerens des Fangkorbs. Zusammengefasst bietet der Lawnmaster VBRM16 eine leistungsstarke und flexible Lösung für die Rasenpflege. Mit seinem bürstenlosen Motor, der zentralen Schnitthöhenverstellung und dem praktischen Mulchkit ist er eine ausgezeichnete Wahl für jeden Gartenbesitzer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal.